Es geht weiter, meine Lieben, mit der nächsten Nebenmission Schatten des Heiligen Bergs. Auf geht's! Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich habe keine Flaggen gesehen, das heißt, es könnte irgendwie sowas wie ein Gauntlet sein. Oder wobei, die letzte Mission hatte, glaube ich, auch keine Flaggen. Das muss nichts bedeuten. Das ist einfach, dass wir auf Level 1 sind, für die ganze Mission. Ah, nicht schon wieder ein NPC. Weg mit dir! Tschüss! Ah doch, es hat Flaggen. Es wurde aber nicht angezeigt, da oben ist Loot. Ähm. Aber wie kommen wir da schon wieder hin? Drachenheilungspulver. Das aus vernichtet Spätigung wurde, die Drachenanam fließt. Stellt für eine gewisse Zeit nach der Einnahme langsam die Gesundheit wieder her. Okay, das ist kein Upgrade für unseren Topf. Gut. Ähm. In die Richtung können wir nicht, das heißt... Wuh, hier sind viele Leute gestorben. Okay, du bist 13. Deswegen sind so viele Leute gestorben. Okay. Die Bitch ist hartnäckig. Wir müssen gleich mal kurz gucken, ist das bereit. Vielleicht könnte es sein, dass es schon... Ähm... Der Endgegner... Nein, es ist nicht der Endgegner. Okay. Wir können uns erstmal Flaggen suchen. Ah ne, wir sind auf 10. Wir starten auf mit 10. Okay, dann ist das Ding... Sollte es... Ah, meine Güte. Meine Güte. Haben wir nicht? Nein, noch nicht. Jetzt. Okay. Das Ding wieder respawnen. Zweifelsohne. Und tschüss. Kleiner Bocken war risky. Hier kommen wir durch. Oh. Ach, das ist Mama. Mama. Da ist die Mama. Dang it. Okay. Äh... Die eine am Anfang versuchen wir auszulassen. Wenn möglich. Oh. Ah, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Okay, es ist möglich. Au. What? Tot? Holy shit. Ich wusste... Ich dachte, es kommt eine Rolle. Ich wusste nicht, dass sie noch... Äh... Was anderes haben. Okay, verziehe ich wieder. Ein bisschen ätzend. So. So. Au. Auf dem die explodieren. Da war was. Ein Elixier. Braucht kein Mensch. Hier ist noch was. Guck. Der gelben Turbane. Oh. Du bist neu. Wälzt aber nichts aus. Da oben ist noch so ein Vieh. Erwischt. Oh, wie viele von euch... Was gibt's denn hier? Ach, hier war die Flagge. Okay, gut. Da oben ist noch ein Item. Wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da ran? Oh. Hier hat auch was dabei. Echt? Hier? Okay. Rang 3 Stahl. Okay, das hat sich gelohnt. Ich sehe keine Flaggen auf dieser Seite. Wir gehen trotzdem mal rüber. Oder? Doch, da unten ist was. Au. Die Rache erfolgreich. Da war noch so ein Stachelschwein-Ding. Okay, nicht zum... Tiger. Oh, da ist noch so ein Vieh. Okay. Nur noch wir beide. Oh. Nur noch wir beide, Freundchen. Und dein letztes Stündlein hat geschlagen. Hooray. Flagge. Erfolgreich. Erkämpft. Ach, 14. Okay, dann war hier unten auch noch mal was. Okay, machen wir erstmal dich weg. Mist, wie? Das ist eine Markierungsflage. Von denen haben wir alle. Das fehlt nur noch eine von den Großen. Die Spinnen können nichts. Oh. Wo kommst du her? Okay, das ist so ein Ding. Ich hab das Gefühl, das Trading bringt nicht so viel. Es ist ähnlich wie mit den Sudamas in Nioh. Okay, auf geht's. Ach, das ist wieder so ein Teil. Okay. Nowa Mama. Nowa Mama. Au. Weg ist er Da ist so ein scheiß Wolf Noch so ein Vieh Haben wir da das Stachelschwein Bewacht das irgendwas Wichtiges Nee Ich sehe keinen Grund das weg zu machen Gehen wir weiter hier lang Oh Ich will hier erst die letzte Flagge noch finden Komme ich hier raus? Nee Ah Okay Lass uns sterben Ich wollte nicht in den Bossfight reinrennen Aber den hatten wir ja schon Nichts Spektakuläres Okay Wo zur Hölle ist die letzte Flagge? Äh komm schon Okay Hier ist die letzte Flagge Oh nein wir haben was Verfehlt Autsch Was mache ich denn? Läuft gar nicht Der ist eigentlich nicht so schwierig Drück an den Absender Okay Gut Bleib hier Okay Er ist plaut Ich weiß nicht genau Was wir gemacht haben Habe ich die Waffe gewechselt? Ich habe die Waffe aus Versehen gewechselt Okay Ähm Andere Schlagfeld wählen Okay das haben wir Ich glaube die blauen sind erledigt Das heißt Das wäre das nächste Ist ein bisschen eine kürzere Episode Aber wir machen hier einen Break Und Damit wir In aller Ruhe dann Das nächste Hauptschlachtfeld Angehen können Ich bin an mir fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und was geht